Moin Leute, hier ist Tim und Black Friday ist ja für die meisten der optimale Zeitpunkt, um sich einen neuen Gaming-PC zusammenzustellen und zusammenzubauen. Und ich möchte euch heute nochmal meine CPU-Empfehlung aussprechen, also die derzeit besten CPUs, auf die man auf jeden Fall achten sollte, wenn man sich einen neuen Gaming-PC zusammenstellt. Natürlich hängt da viel auch davon ab, was es jetzt bis zum Ende der Woche noch für Angebote gibt, denn wenn beispielsweise die eine CPU 50 Euro reduziert ist, dann macht es vielleicht eher Sinn, die zu nehmen. Aber heute in diesem Video gibt es erstmal meine grundsätzlichen Empfehlungen, welches denn die aktuell besten, preis-leistungsmäßig besten Gaming-CPUs auf dem Markt sind. Alle CPUs, die ich hier in der Kaufberatung empfehle, findest du natürlich wie immer auch nochmal in der Geilzeitswunschliste in der Videobeschreibung. Bei vip-cdkdeals.com findest du nicht nur günstige Game-Keys, sondern auch Keys für Microsoft-Produkte wie Office oder Windows. Solltest du für deinen Gaming-PC noch einen Windows 10 oder 11 Key brauchen, dann schau am besten bei cdkdeals vorbei, denn mit meinem exklusiven Code GHD20 sparst du 30% auf deinen Einkauf. Damit kostet dich ein Windows 10 Pro Key gerade einmal 14 Euro und mit dem lässt sich sogar auch Windows 11 aktivieren oder darauf upgraden. Sicher bezahlen kannst du unter anderem mit Paypal und nach deiner Bezahlung solltest du innerhalb von 5 Minuten Zugriff auf deinen Windows Key über dein Benutzerkonto erhalten. Ich selbst habe auch schon mehrfach Keys bei cdkdeals gekauft und diese ließen sich anschließend immer ohne Probleme in den Windows-Einstellungen aktivieren. Links zu vip-cdkdeals findest du in der Videobeschreibung. Fangen wir erstmal im Einsteigerbereich an. Die günstigste CPU, die ich für einen Gaming-PC derzeit noch empfehlen würde, die hält sich wirklich schon sehr, sehr lange in meinen Kaufberatungen und das ist der AMD Ryzen 5 5006. Den bekommt man mittlerweile für ungefähr 140 Euro und weniger würde ich für eine Gaming-CPU nicht ausgeben mittlerweile. Den sollte man denke ich schon drin haben. Das ist ein Sechskerner, der über die virtuelle Kernverdoppelung dann über 12 nutzbare Threads verfügt. Und der Ryzen 5 5600 ist immer noch eine sehr gute Gaming-CPU, vor allem für Einsteiger-Gaming-PCs. Der kommt auch mit Leistung stärkeren Grafikkarten bis, ich sag mal, zu einer RTX 3080 oder Radeon RX 6800 XT super klar. Vor allem, wenn man in höheren Auflösungen spielt, da ist sowas überhaupt kein Problem. Spielt man in Full HD und will richtig viele FPS haben in seinen Games, beispielsweise auch wenn man Competitive spielt oder so, dann sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen für eine CPU. Aber insbesondere, wenn man halt in 1440p spielt, reicht die Gaming-Performance eines Ryzen 5 5600 locker und ohne Probleme aus. Und gerade, wie gesagt, für Einsteiger-Gaming-PCs, wenn man den mit einer Mittelklasse-Grafikkarte kombiniert und dann meinetwegen auch in Full HD spielt, also dann auch überhaupt kein Problem, dann ist diese CPU immer noch leistungsstark genug für die aktuellen Grafikkarten. Mit den 140 Euro ist er auch ein ganzes Stück günstiger als beispielsweise das, was Intel als Alternative anzubieten hat. Da könnte man ja vielleicht ein Auge auf den i5 12400F werfen. Der kostet aber derzeit 180 Euro ungefähr, ist damit 40 Euro teurer und bietet eigentlich keine Vorteile. Das heißt, sofern der nicht im Angebot irgendwie auf das gleiche Preisniveau wie der Ryzen 5 5600 kommt, würde ich euch den nicht empfehlen und hier tatsächlich auf AMD setzen. Die AM4-Mainboards dafür, beispielsweise ein B550-Mainboard, sind auch nicht sonderlich teuer. Da bekommt man ein vernünftiges Board für ungefähr 100 Euro. Auch da muss man also nicht exorbitant viel Geld für in die Hand nehmen. Wer von euch vielleicht schon einen älteren Gaming-PC hat und überlegt, abzugraden, für den habe ich auch einen Tipp hier in diesem Video. Denn solltet ihr schon ein älteres System auf AM4-Basis haben, vielleicht mit einer Ryzen 2000er CPU oder so, dann gibt es auch eigentlich eine ganz gute Upgrade-Möglichkeit, wenn ihr jetzt nochmal auf eine neue Grafikkarte upgraden wollt und ihr habt vielleicht einen Ryzen 5 2600 und ihr habt Sorge, dass der nicht mehr leistungsstark genug ist für die neue Grafikkarte, die ihr euch anschaffen wollt, was auch durchaus realistisch ist, vor allem, wenn man auf die Grafikkarten der neuen Generation vielleicht auch von AMD blickt, dann gibt es eine gute Upgrade-Möglichkeit, dadurch, dass AM4 ja auch für die Ryzen 5000er CPUs unterstützt wird, nämlich der Ryzen 7 5800X 3D. Der ist mittlerweile deutlich günstiger geworden als das, was er noch zu Release gekostet hat und rein was die Gaming-Performance angeht, ist das immer noch eine richtig gute CPU, die auch mit den neuen CPU-Releases auf DDR5-Basis immer noch sehr gut mithalten kann. Mit einem vernünftigen DDR4-Kit ist das eine richtig starke CPU, die auch mit High-End-Grafikkarten problemlos zurechtkommt. Den bekommen wir mittlerweile für ungefähr 360 Euro aktuell. Klar, das ist ein stolzer Preis, richtet sich aber auch an Gamer, die halt upgraden möchten, in einem älteren System und auch in Richtung Oberklasse des High-End-Grafikkarten gehen. Ansonsten machen wir jetzt schon einen relativ großen Sprung nach oben vom Ryzen 5 5600 ausgehend, denn ich sage mal, die nächst bessere CPU, die ich derzeit empfehlen würde, ist tatsächlich der AMD Ryzen 7600X. Der ist aber auch schon deutlich günstiger geworden im Vergleich zum Release. Aktuell kriegt man den für 270 Euro. Vielleicht gibt es auch noch mal ein etwas besseres Black Friday-Angebot, wo man den dann vielleicht auch mal für 250 Euro schießen kann. Das wäre natürlich richtig gut, muss man schon sagen. Und auch die AM5-Mainboards sind mittlerweile zum Glück günstiger geworden, sodass man diese CPU mittlerweile guten Gewissens weiterempfehlen könnte. Bei Intel als Alternative gäbe es den Intel Core i5 13600K oder 13600KF. Die KF-Variante ohne integrierte Grafikeinheit ist in der Regel immer etwas günstiger, deswegen empfehle ich meistens diese Version. Die kostet aktuell knapp 350 Euro, also ungefähr 80 Euro mehr als der Ryzen 5 7600X. Allerdings sind die Mainboards mittlerweile, also Z690, Z790 im Vergleich zu den AM5-Boards, auf einem ähnlichen Preisniveau angekommen, sodass letztendlich die Intel-Konfiguration hier doch etwas teurer wird in der Konsequenz, solange wir jedenfalls DDR5 mit DDR5 vergleichen. Ich würde mittlerweile auch, dadurch, dass die DDR5-Preise mittlerweile auch runtergegangen sind, tatsächlich empfehlen, sich ein DDR5-System zusammenzustellen, einfach um safe zu sein für die Zukunft. Ich denke, wenn man sich ein Gaming-PC zusammenstellt, wo die CPU schon um die 300 Euro kostet, dann kann man auch die 50, 60 Euro oder 70 Euro mehr in die Hand nehmen und sich ein 32 GB Kit DDR5 statt 32 GB DDR4 kaufen. Wenn man das tut, dann ist, wie gesagt, die Intel-Konfiguration ein bisschen teurer. Der i5-13600KF ist aber auch letztendlich die schnellere, die leistungsstärkere CPU im Vergleich zum Ryzen 5 7600X. Wer also rein auf Gaming-Performance aus ist, der ist tatsächlich bei Intel etwas besser aufgehoben. Da ist die Intel 13.000er-Generation der Ryzen 7000er-Serie einfach etwas überlegen. Allerdings verbraucht die Intel-Reihe auch deutlich mehr Strom als die AMD-CPUs. Vor allem, wenn man den Echo-Mode von AMD mit dem Echo-Mode quasi von Intel vergleicht, dann laufen die AMD-CPUs doch ein ganzes Stück effizienter. 20 Prozent ungefähr kann man da definitiv einsparen. Also wer dann doch nicht die allerhöchste Gaming-Performance braucht, und die braucht man in den meisten Fällen auch nicht, sobald man in 1440p mindestens spielt, wird man den Unterschied zwischen einem i5-13600KF und einem AMD Ryzen 5 7600X sowieso nicht merken. Dann kann man tatsächlich eher hier auf AMD setzen, denn die CPU ist einfach ein bisschen effizienter. Man verbraucht weniger Strom und das ist mittlerweile ja auch ein Punkt, auf den man immer wieder hinweisen muss, der mittlerweile durch die gestiegenden Stromkosten ja durchaus wichtig ist. Also insgesamt in diesem Vergleichsfeld Ryzen 5, Intel Core i5, würde ich eher auf den Ryzen 5 7600X setzen, weil er einfach ein bisschen effizienter läuft. Allerdings gibt es zwei Situationen, wo ich es nicht machen würde. Die erste Situation ist, wenn man wirklich viele FPS braucht, wenn man wirklich die leistungsstärkste Gaming-CPU haben möchte, dann sollte man auf jeden Fall zu Intel greifen. Und der zweite Punkt, wenn man auch noch mehr als nur Gaming vorhat mit dem PC, dann ist auch der i5-13600KF die bessere Wahl, weil die Anwendungsperformance beim Ryzen 5 7600X doch ein ganzes Stück überlegen ist. Also da reden wir von einem Performance-Zuwachs schon von um die 30%, sodass es sich da lohnen kann, eher auf Intel zu setzen. Mit beiden Varianten macht man nicht wirklich was falsch. Ich würde es einfach davon abhängig machen, was besser zu euch passt. Ich habe es ja gerade gesagt. Oder vielleicht davon abhängig machen, bei welcher CPU oder vielleicht auch welchem Mainboard dazu ihr das bessere Black Friday-Angebot bekommt. Auch Microsoft Office bekommt ihr bei VIP-CDK-Deals besonders günstig, beispielsweise Office 2021 Professional Plus. Auch hier kannst du meinen exklusiven Code GHD20 anwenden, um dir 30% Rabatt auf deinen Einkauf zu sichern. Einfach im weiteren Bestellprozess sicher mit Paypal bezahlen und dann solltest du dein Office 2021 Key innerhalb von wenigen Minuten in deinem Benutzerkonto zur Verfügung haben. Bei mir hat anschließend die Aktivierung des Keys bei Microsoft problemlos funktioniert und anschließend konnte ich Office 2021 herunterladen, installieren, mich dort anmelden und es problemlos nutzen. VIP-CDK-Deals ist also die Anlaufstelle, wenn du günstig auf der Suche nach Windows-Keys, Office-Keys, anderen Microsoft-Produkten oder auch ganz anderen Produkten bist. Mit meinem Code GHD20 kannst du dann nochmal 30% auf all diese Produkte sparen. Ein Link zu VIP-CDK-Deals findest du in der Videobeschreibung. Hat man noch mehr mit seinem neuen PC vor als nur Gaming, dann kann es auch Sinn machen, auf einen Ryzen 7 7700X oder einen Intercore i7 13600K oder KF zu setzen. Hier kommen eigentlich genau die gleichen Argumente ins Spiel, wie bei der Frage zwischen Ryzen 5 7600X und Intel Core i5 13600KF. Die Intel-Variante ist wieder etwas teurer, ungefähr 70 Euro. Allerdings bekommen wir bei Intel insgesamt auch die bessere Performance. Dahingegen verbraucht aber auch der i7 13700KF deutlich mehr Strom in den Standardeinstellungen und auch in den Echo-Modus als das Pondor von AMD, also der Ryzen 7 7700X. Also, wenn ihr hierher geskippt habt, ich will es jetzt nicht alles nochmal wiederholen, dann schaut euch einfach mal eben den Vergleich von Ryzen 5 7600X und i5 13600KF an. Da findet ihr dann genau die Argumente, die entweder hier für den i7 13700KF oder den Ryzen 7 7700X sprechen. Mit beiden macht ihr, wie gesagt, nichts falsch, aber es kommt einfach ein bisschen darauf an, was man mit seinem PC so vorhat. Oder ihr versucht einfach, das beste Black Friday-Angebot rauszuschlagen. Da, wo es das beste Angebot gibt, da schlagt ihr zu, sei es nun bei der CPU selbst oder beim passenden Mainboard dazu. Das sind meine aktuellen CPU-Empfehlungen an Black Friday 2022. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch ein Gaming-PC zusammenstellt, dann wählt eine dieser CPUs aus. Leistungsstärkere CPUs, Ryzen 9 oder Intel Core i9, sind definitiv nicht notwendig. Leistungsschwächere CPUs als den Ryzen 5 5600 würde ich auch nicht empfehlen. Und irgendwo dazwischen habe ich euch jetzt ein paar Empfehlungen gegeben, die durchaus Sinn machen. Hängt immer ein bisschen davon ab, was man mit seinem PC speziell vorhat. Habt ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen hier zu der Kaufberatung, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr nochmal die Geizheitswunschliste mit ein. Hier von mir empfohlenen CPUs in der Videobeschreibung. Und ansonsten war es jetzt von mir. Ich bin raus. Haut rein.